Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Nein, das kommt von strengen Körpergerüchen, die ich nicht abkann. Ach ja, es sieht eher nach Bluthochdruck aus. Ich wollte dir klar machen, wie toll es wird, damit du mich fragst, ob ich mit dir hingehe. Ja, tut mir leid, wenn es dir peinlich ist. Es ist mir nicht peinlich. Du siehst erhitzt aus. Ich hole dir was zu trinken. Halt dich fest! Ja! Ja! Cool! Ignorier ihn einfach. Lass uns abhauen. Pass auf! Ich hab es überhaupt nicht gern, wenn ich bloßgestellt werde, Cleo. Erst recht nicht von Mädchen wie dir. Du meinst, vor deinem Vater sehen? Hm, hast wohl Angst vor ihm. Du hältst dich für was Besseres, Louis. Ich finde ja, der Typ ist eine Lachnummer. Du machst da einen großen Fehler, glaub mir. Hör zu, Cleo. Eines Tages könnte dir, ob nun mit oder ohne Louis, was wirklich Schlimmes passieren, weißt du? Ahhhh! Nee, 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 nee. Neu??? Chașiber! Nieuw, nee, nee! Neeu!